Good morning, children! This is Mr. Linden and today I want to present you my farm. This is my farmhouse and this is the farm. Okay, now, ihr habt gesehen, ich habe ein paar Blätter für euch kopiert. Da sind solche Zeichnungen drauf mit ganz vielen Tieren. You can see pigs and little piglets and two cows and calves. What else? Ah, a cat, a dog, a rabbit and a chicken and six little, one, two, three, four, five, six, little chicks. Two ducks and one, two, three, four, five goose. Ah, no, it's not one goose, it's five geese. Okay, now, let's see what you can do with your farm. Come over. Now, for example, I have a little sheep. Now, when you make this sheep, you cut it and you take your scissors, you cut it out of the paper and you take your color pencil and make it nice. Okay, then, let me show you. Wait, 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 wait. Ah, where is my... Ah, here. For example, this one. First, it looks like this. Then, I cut it. Come closer. Can you see it? Now, this looks nice. Cut it like this. Now, go away. Okay, then, I make it a little bit brown. Come closer. So, it has a brown face and brown feet, brown ears. Something else? No, it looks fine. Now, here, I have a little bit stronger paper von meiner Schokolade and then, you take the glue you put a little bit glue you put it on this stronger paper press it and now, again, you take your scissors cut it again and look and here, you can see this line here, you have to you have to how to say okay, you must es falten mir kommt gerade das englische Wort für falten nicht so, now you have a little sheep oops look and now you can see here is my farmhouse it was just a box and now it's a farmhouse and I put my little sheep and I put another sheep look I have a Christmas tree the Christmas tree I put here next to the farmhouse oops oops and then what else we have what is this this is a cow here is a cow here is a cow and the cow's baby the cow's baby is this the baby of the cow no, this is not the baby so we have the baby where are you, baby this is a cat ah, look here this is a little calf I put it next to the cow and then oh, what is this this is a bush I like to put glue on this paper and I have a bush so now the little sheep is hiding behind the bush and I have another sheep where's the other sheep oh, look here this is the sheep and the sheep is jumping can you see it? and then ah here's my little pond this is a pond and on my pond I want a little duck where's my duck where's my duck my duck is not there where is my duck my duck is not here ah here's a duck look here here's the duck on the lake and what is this animal this animal is a little piglet one piglet two piglets three piglets and five oh, no four piglets and a big mother mummy pig look and then I have a rabbit the rabbit is jumping with a sheep behind the bush and next to the house there is a cat and I have a dog look here the dog is in front of the house the front and the dog has to guard the farmhouse and here I have a goat ah what is this this is a goose and the two geese three geese they go to the pond ah very nice oh I have a rooster the rooster is here and oh the other duck I put the duck on the pond and I have one more goose so I have now five geese what is this ah look here I have a chicken and the rooster and I have little chicks one two three four oh the goose is gone so oops and two more chicks so I have one two three four five little chicks now this is my little farm okay okay liebe Kinder eure Aufgabe ist es auf diesem Blatt Papier das bekommt ihr alle von mir eine Farm aufzumalen dann könnt ihr auch ein paar Bäume ein paar Büsche einen Teich einen Weg aufmalen und ihr könnt das Farmhouse auch auf das Papier malen oder ihr baut selber ein kleines Farmhouse wie ich das gemacht habe das ist nicht so schrecklich schwer und dann schneidet ihr euch hier aus diesen Blättern die richtigen Tiere aus die ihr haben wollt ihr müsst nicht alle Tiere ausmalen und ausschneiden aber die Tiere die ihr schön findet mindestens mindestens 20 Tiere so 20 animals schneidet ihr aus passt auf dass ihr diese Klebefläche hier unten nicht abschneidet sondern auch mit ausschneidet und dann könnt ihr später hier knicken dann möchte ich dass alle ihre Tiere ausmalen das ist muss und dann habt ihr später eure eigene Farm mit euren eigenen Tieren es muss nicht es können auch zwei große Schweine sein und nur zwei kleine das müsst ihr selber auswählen ihr habt genug Tiere hier auf diesen Zetteln es gibt auch ein Pferd alles ist da es gibt auch noch eine andere Kuh noch ein kleines Schweinchen wie ihr wollt so und später möchte ich dass ihr euer Tier vorstellt eure Farm vorstellt und dann sagt ihr folgendes Ich bin ein farmer mein Name ist Mr. Linden oder Marcy oder somebody my name is Mr. Linden and this is my farm I've got 25 animals you can see a pig and four little piglets you can see two sheep or three sheep and my favorite das könnt ihr am Ende noch sagen my favorite animal mein Lieblingstier is a my favorite animal is a dog oder my favorite animal is a rooster das könnt ihr euch dann aussuchen welches euer Lieblingstier ist ihr dürft auch noch mehr drauf machen ihr könnt auch wenn ihr zu Hause einen Traktor habt noch einen Traktor da lang fahren lassen ihr könnt einen Bauern noch drauf malen ihr könnt noch weitere Tiere malen die ihr selber malen wollt ne 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 bastelt schön ihr könnt wirklich noch viel mehr machen ihr könnt auch noch Misthaufen machen da können die Hühner drauf sitzen und ihr könnt einen Zaun drum malen so wie ihr wollt ok ok also zu der vorstellung eurer fahren das ist in der letzten woche eure aufgabe möchte ich dass alle das aufnehmen als kleines video und mir zuschicken ja das geht auch über logineo und ähm that's all for now ich werde euch noch eine kleine liste zukommen lassen ähm wo eure sätze dann drauf stehen die ihr sprechen wollt ok great we have a big farm here bye bye